So, da sind wir wieder, diesmal mit einem Video zu... Ähm... Hmm... Ja, was soll ich sagen? Äh, well, fuck! Das Ding hat tatsächlich ne Story. Ich konnte jetzt noch nicht widerstehen, ich hab zu wenig Alternativen momentan, nur Diablo leider. Und, ähm, deswegen hab ich jetzt doch zugeschlagen. Ich dachte mir, eine Chance gibt's für der ganzen Sache noch und... Ja... Okay, mal sehen. Ich bin geboren, als der Traveler stirbt. Als alles verletzte sich um uns. Vor dem Tag, nie gab es einen Geist. Nie gab es einen Geist. Ich weiß nicht viel über den Traveler, aber ich weiß, dass es mir gemacht hat, um dich zurück zu bringen. Und ich habe einen wirklich, wirklich langen Zeit recherchiert für dich. Der Cosmodrome? Nicht das erste Mal, wo ich sah. Als ich die anderen Geist finden, ihre Geist, und die Jahrzehnte gingen, ich fragte mich, ob ich dich nie findest. Und dann... ich habe. Ich erinnere alles, was ich geboren. Und dann bin ich der Frankreich. Ich bin immer noch nie. Ich bin immer noch nie. Die Awoken sind meine Familie, jetzt. Und ich bin ihre Queen und mein dwellingses. So ist das, was ich minesaschen! Und ich bin, eine Königin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 We fought to keep our beautiful creation safe And now this beast has come Claiming to be king Mara Sav bows to no one 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 Mara Sav bows to no one